moin leute herzlich willkommen zurück zu einem weiteren tcg pocket video auf meinem kanal so heute im live stream habe ich ja gesagt ich mache euch mal ein kurzes video wie man denn eigentlich am pc zocken kann insbesondere wie das funktioniert mit bluestacks ich habe ja schon mal ein video gemacht das verlinke ich auch unten wie es eine methode ist wie man quasi den inhalt von seinem handy auf dem monitor quasi auf dem pc spiegeln kann und so damit spielen kann es gibt aber auch nur angenehmere variante und die seht ihr jetzt in diesem video ich zeige euch das einmal schritt für schritt so als allererstes müsst ihr auf diese seite hier oben ja ich pack den link auch in die video beschreibung da müsst ihr als erstes hin wenn ihr da seid habt ihr hier die möglichkeit einmal bluestacks zu downloaden hier steht dann herunterladen so und das macht ihr dann einmal bluestacks ist quasi so ein emulator womit man wie es hier auch steht android spiele auf dem pc oder mac spielen kann ja so sobald ihr das runtergeladen habt habt ihr dann diesen installer könnt ihr einfach rechtsklick drauf machen als administrator ausführen oder wie auch immer ihr das auf eurem pc macht einfach dass sie installieren geht auch mit einem doppelklick ihr müsst es einfach installieren sobald ihr das dann gemacht habt habt ihr bluestacks auf dem pc und hier ist dann die fertige anwendung die öffnen wir jetzt einmal öffnet sie sich auf einem anderen bildschirm die öffnet sich auf einem anderen bildschirm so sieht das dann aus hier hat man dann erst mal bluestacks da ist dann auch werbung mit dabei aber das ist ja eigentlich egal das ist quasi wie so ein emulator wenn man hier oben auf das häuschen klickt ist man hier quasi in seiner kommando zentrale sag ich mal das ist euer hauptbildschirm hier könnt ihr dann quasi direkt dann auswählen was sie spielen wollt hier hat man dann beispielsweise direkt hier oben auch die suchleiste für google playstore man da dann einfach ein spiel eingibt beispielsweise keine ahnung immer einfach ein dragon ball oder sowas mal die werbung hier weg so gehen wir einfach mal keine ahnung dragon ball ein oder irgendein spiel hier tales of dragons was auch immer so der sucht das dann und dann sind da halt entsprechende spiele ja hier könnt ihr auch oben einfach in der suche pokémon tcg pocket eingeben und dann erscheint das auch hier ist es auch und das könnte man sich dann herunterladen und installieren ich habe schon drauf das erscheint dann hier das ist wie zu so sozusagen euer emulierter desktop quasi ja eure kommando zentrale sage ich immer dazu schön und da ist es dann drauf und das war es dann eigentlich schon dann kann man das anklicken und dann öffnet sich das neu so die werbung alter schwede ist das anstrengend manchmal genau und dann hat man das hier neu und das kann man auch dann größer ziehen ja das kann man sich dann auch viel größer ziehen wenn man das möchte je nachdem wie man es halt gerne hat und dann ist man schon im spiel drin ja und kann man hier loslegen das ganze funktioniert dann alles mit maus und kann vielleicht auch mit tastatur ein paar sachen machen weiß ich jetzt nicht ich spiele da jetzt nur mit der maus und hier hat man dann das die möglichkeit in dem spiel dann ganz normal auf dem pc zu spielen ja das war eigentlich schon alles was es da zu wissen gibt wie gesagt über bluestacks hat man die möglichkeit viele anderen spiele auch zu spielen man kann sich da sämtliche spiele runterladen was man so alles hat was man gerne so spielen möchte alles geht das ganze ist kostenlos es kostet nichts man kann aber auch ein abo abschließt dass man keine werbung bekommt und so aber die werbung ploppt nicht im spiel auf das heißt dieser ganze spielbereich hier da wird nie werbung kommen sondern nur hier am außenrand und so weiter da hat man dann natürlich leider keine kontrolle darüber aber ja das ist eigentlich schon das ganze ich hoffe das war hilfreich für den einen oder anderen und ja ich wünsche euch viel spaß beim zucken ja ja ja